Hallo, hier ist euer Pyrofan Sachse und ich zeige euch heute das Ergebnis der Auswertung meines Gewinnspiels. Meine dreiköpfige Jury hat entschieden und zwar es gab 90 Punkte zu verteilen, jeder Jurymitglied konnte 30 Punkte verteilen und wir haben dann die möglichen Punkte, die sie gekriegt haben, immer zusammengerechnet und ich zeige euch jetzt wer gewonnen hat. Und zwar auf Platz 3 ist Pyro Forever mit 48 von 90 Punkten, dann auf Platz 2 Luca Pyro mit 55 Punkten von 90 und Pyro Royal, er hat ebenfalls 55 von 90 Punkten und nun derjenige der gewonnen hat. Es ist Feuerwerkskönig mit 68 von 90 Punkten. Ich habe mich entschieden, dass ich für die zwei zweiten Plätze jeweils wirklich ein Paket mache, also ich werde vier solche Gewinne verschicken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr seid nicht allzu enttäuscht, wenn ihr nicht gewonnen habt, den Gewinnern wünsche ich viel Freude mit den Artikeln und bis zum nächsten Mal und Dankeschön für die rege Teilnahme. Tschüss! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020